Hallo Leute und herzlich willkommen wieder zu einem neuen Video. Heute nur ein kleines Installations-Tutorial für euch, weil ich immer wieder in den Kommentaren durchgelesen habe, hey ich habe Hilfe oder brauche Hilfe. Mein GDA funktioniert nicht, da ich irgendein Auto mal installiert habe und der irgendwie nicht funktionieren will. Ja gut, ich habe mir jetzt gedacht, ich mache das einfach für euch, dass ich ein kleines Tutorial habe, wie alles funktioniert. Alle Links sind in der Beschreibung und ja, fangen wir gleich mal an, halten wir es kurz und knackig. Als erstes braucht ihr natürlich OpenEV, wie schon gesagt, es ist in der Beschreibung verlinkt. Öffnen wir das gleich mal für GTA 5 und dann sollte eigentlich auch schon ein Pfadangabeding kommen, dass ihr euren GTA 5 Pfad angeben solltet. Bitte probiert es, wenn es möglich ist, ein eigenes GTA zu erstellen, sprich, wenn ihr euch nicht so gut auskennt, macht euch noch ein zweites GTA, also ihr kopiert euer originales, kopiert es dann hier rein. Damit das dann auch am Ende funktioniert, dazu komme ich dann später. Gut, also ihr habt ja ein frisches GTA, ganz wichtig, nicht so wie ihr vorher irgendwas gemoddet habt oder sowas, so ganz friffsan. Was ihr jetzt hier macht, ist ihr erstellt euch hier einen Mods-Folder, also ihr nennt ihn einfach Mods. Mit diesem könnt ihr jetzt noch nichts anfangen, aber das wird jetzt gleich passieren. Solltet ihr schon ein GTA haben, das ihr mit OpenEV bearbeitet habt und ihr wisst nicht, wie ihr da den Pfad ändern könnt, ich zeige euch das nur noch ganz schnell, geht hier auf Tools, Optionen und dann könnt ihr ja bei Game, könnt ihr den Pfad umstellen. Ich habe dann aber hier jetzt auch mein GTA 5 Tutorial Verzeichnis. Gut, dann sollte jetzt eigentlich der Mods-Folder kommen, ja und er ist auch hier, nur wir können damit jetzt noch nichts anfangen. Damit wir damit was anfangen können, geht hier einfach auf eine x-beliebige Datei drauf und geht dann hier auf Edit, ja. Und dann schreibt er schon Install Plugin for GTA 5. Das machen wir direkt, gehen hier rechts auf Assi-Manager und dann listet er uns hier etwas auf. Den einen hier haben wir schon installiert gehabt, warte, ich aninstalle den jetzt erstmal, dass wir das hier so haben. Installieren den und dann haben wir das Ganze. Solltet ihr das nicht mehr brauchen, wenn ihr nicht mehr mit Mods spielen wollt oder was auch immer, was aber nicht so oft vorkommen wird, könnt ihr das hier wieder aninstallen. Dann Close. Und jetzt können wir was mit dem Mods-Folder anfangen, denn mit dem könnten wir jetzt theoretisch anfangen zu modden, wer hätte es gedacht. Damit wir das überhaupt können, brauchen wir aber die originalen Dateien von GTA und ich zeige euch das jetzt ganz einfach an einem Beispiel. Ihr wollt jetzt beispielsweise ein Auto modden und dieses Auto befindet sich in diesem Verzeichnis. X64e. Ihr kopiert euch also dieses ganze Verzeichnis in euer Mods-Ordner rein. So, und wenn ihr jetzt zum Beispiel in einem Ordner irgendwas kopieren wollt, beispielsweise ihr wollt jetzt die Sirene ersetzen, was wir später dann auch noch machen werden, deshalb werde ich es jetzt hier auch einfügen, müsst ihr auf X64 gehen, zum Beispiel Audio, SFX und dann ist hier irgendwo die Resistant-Datei. Hier ist sie auch schon. Wichtig ist jetzt, dass ihr nicht einfach diese Datei reinzieht, sondern ihr müsst genau diesen Pfad hier oben angeben, wie er hier auch ist. Das heißt, ich lasse mir hier das jetzt mal offen, öffne mir ein neues Fenster, dass ich mir den Dateipfad merken kann, weil sonst vergesse ich das sicher noch irgendwie, oder schreibe irgendwas falsch hin, das wollen wir ja auch nicht. Und gehen hier jetzt auf unseren Mods-Folder, recht klick drauf, neue Ordner stellen, X64 eingeben, draufklicken, neuen Ordner anlegen, Audio, neue Ordner anlegen, SFX und ich habe schon den ersten Fehler gemacht, ich habe mich verdrückt. Nicht AFX, SFX natürlich. Und dann könnt ihr euch dieses Ding hier kopieren. Natürlich in SFX rein. Jetzt haben wir das so gesehen, dupliziert diesen ganzen Folder, aber nur mit dieser Datei, weil wir wollen ja nicht die anderen Dateien bearbeiten, sondern nur den hier. Ihr könntet natürlich auch den ganzen X64 Ordner einfach in euren Mods-Folder reinziehen, aber das ist dann unnötiger Speicherplatz, den ihr nicht braucht. Gut, dann schließen wir das Ganze mal. Und gehen wieder zurück zu unserem Ordner, unser Hauptverzeichnis. Damit wir jetzt überhaupt mit Mods was anfangen können noch dazu, sollten wir eine Script-Hook dazu installieren, die ist natürlich auch in der Beschreibung. Immer schauen, dass die Up-to-Date ist. Wenn ein neues Update rauskommt, geht die den meistens nicht mehr. Und ihr seht schon, da ist ein Trainer dabei. Ich bevorzuge zwar einen anderen, aber der ist auch nicht schlecht. Und daher im Ziel ersetzen ist diese DINPUT, die wurde vorhin schon installiert von OpenEV. Gut, haben wir das jetzt auch mal drin. Und wenn ihr jetzt noch Scripts dazu installieren wollt, wie ich das hier will, zum Beispiel dieses Fix-Wheel-Script, dann braucht ihr auch noch die Script-Hook.net. Das ist der zweite Script-Hook, die nochmal bestimmte Scripts reinlädt. Das ist auch ganz einfach. Ihr kopiert euch diese zwei Dateien. Die ASI und INI ist das glaube ich. Ne, die DLL, genau, also INI war bei GTA 4. Und dann diesen Scripts-Ordner zieht ihr euch auch einfach rein in euer Hauptverzeichnis. Dann habt ihr hier noch einen Scripts-Ordner. Theoretisch könnten wir jetzt anfangen zu modden. Und das lädt auch jetzt schon diesen ganzen Mods-Folder in GTA rein. Und den Scripts-Folder wird das auch schon erkennen. Damit wir jetzt erstmal ein Script installieren, gehen wir einfach drauf, Fix Real Script und kopieren uns das hier einfach rein. Wo das natürlich steht, wo etwas hingehört, das ist eigentlich immer in der Readme oder auf der Seite drin, wo ihr es heruntergeladen habt. In diesem Fall, dieses Fix Real Turnback gehört hier rein. Und hier ist auch eine INI-Datei. Die könnt ihr dann noch, je nachdem bearbeiten wie ihr wollt, wenn es Optionen dafür gibt und so weiter und so weiter. Gut, dann haben wir das hier auch. Jetzt kommen wir zu dem spannenden Part. Das ist nämlich das Auto installieren. Wie das funktioniert. Komplizierte Sache, muss ich ganz ehrlich sagen. in GTA 5 ist das etwas scheiße gemacht mit den ganzen Update-Foldern. Ich zeige euch das jetzt ganz einfach. Ich habe die hier schon reingezogen. Also diese Ordner hier sind eigentlich hier. Das ist einmal der Chevy Impala und ein Fort Crown Victoria und einmal eine amerikanische Sirene. Ich hole mir das hier ganz jetzt auf dem Desktop. Ihr müsst das natürlich anzippen mit Winra oder mit 7zip. So, jetzt haben wir hier die drei Dateien. Mit was fangen wir am besten an? Ich wäre dafür, wir fangen erstmal mit dem Auto an. Nämlich mit dem Fort Crown Victoria und lesen uns hier erstmal die ganzen Sachen durch, was es hier gibt. Hier gibt es einmal eine Texturdatei, ein Template, damit ihr euch selber einen Skin machen könnt. Und nochmal hier, dass die Lichter innen grün sind. Das ist halt alles so was wir haben können. Hier ist dann noch eine Installation. In welchen Ordner das Ganze gehört? Mods Patch Day 4, DLC.RPF und X64 Levels GD5 Rehicles.RPF. Gut. Was steht hier noch? Package to her other DLC. Add these fights I'm gonna play having. I will patrol cars for the block. Change the name of the fights to... Okay, ja gut. Das will ich jetzt nicht. Wir installieren das ganz normal, wie er es hier sagt. Also ganz einfach. Er will jetzt diese Patch Day NG4 haben. Und wo wir die finden, das ist für den ersten Schritt eigentlich, wenn ihr noch nicht neu, also neu im Moden seid, ist das nicht so einfach. Der wird sich so jetzt denken, ach, wo muss ich da jetzt hingehen? Aber es ist gar nicht so schwer eigentlich. Ihr geht einfach dann hier auf Update, X64, DLC Packs und hier haben wir es schon. Das ist alles. Das Wichtige ist jetzt aber, dass wir hier das nicht überschreiben, weil sonst bei manchen funktioniert das nicht. Bei mir würde es zum Beispiel nicht funktionieren. Ich glaube bei der Steam Version würde es funktionieren, aber deshalb haben wir auch einen Mods Folder. Vorteil am Mods Folder ist halt, wir überschreiben nichts. Wir kopieren einfach nur und können das dann verändern und wenn es uns nicht passt oder wenn wir etwas falsch gemacht haben, können wir ganz einfach wieder das aus dem Mods Folder rauslöschen, was vor allem für Anfänger ganz gut ist. So, Mods. Hier ist wieder die gleiche Regel. Wir kopieren uns diesen ganzen Ordner hier, so wie er hier auch steht. Sprich, wir gehen hier rechtsklick drauf. Neuer Ordner stellen. Update. x64 DLC Packs. Wenn irgendwo einen Fehler macht, irgendwo hier, also wenn das nicht hier übereinstimmt, dann wird er das auch nicht einladen. Ist also ganz wichtig, dass er das hier so macht, wie ich das hier mache. Hier bin ich mir das jetzt und füge das hier ein. Gut, jetzt haben wir das hier unter dem Mods Folder drin, so wie wir es im Hauptverzeichnis hätten, wenn wir hier drauf gehen. Update. Update. Dann hier ist die x64. Dann hier das DLC Pack. Und dann das Patch Day 4, was wir hier dann auch haben. Und wie wir das jetzt Ganze einfügen können, ist natürlich wieder mit OpenEV, indem wir hier wieder in unseren Mods Folder gehen. Dann auf den Update Folder, den wir gerade angelegt haben. Nehmen wir den ganzen Weg hier einfach nach. Und hier dann die DLC.RPF. Da gehen wir dann auf x64, Levels, GTA 5 und auf Rehicles.RPF. So, jetzt haben wir hier die Rehicles.RPF, wo es hininstallieren will. Und wichtig ist, wie schon gesagt, dieser Edit-Mod hier oben. Wenn der nicht aktiviert ist, könnt ihr hier nichts einfügen. Und ja, das war der FortGround Victoria. Den müssen wir hier ganz einfach nehmen. Diese Dateien hier. Nur die unteren, also die JFT- und JDD-Dateien, die ziehen wir hier einfach rein. So, zur Sicherheit gehen wir erst mal schauen, ob die überhaupt angekommen sind. Das sind die Sheriff-Dateien oder eher genau. So, sind alle hier drin. Das passt. Angucken können wir uns den Wagen nicht. Bei manchen kann man angucken den aber nicht, warum auch immer. Scheint ein bisschen verbuggt zu sein. Jedenfalls schauen wir mal, ob die Textur zum Beispiel da ist. Falscher Ding. Hier ist die Textur. Ja, also ihr seht, das sind schon mal die Texturen drin. Also mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit, wenn ihr solche Texturen habt, ist das Mod-Auto erfolgreich drin. Gut, dann haben wir das hier auch. Das ist dann das erste Mod-Auto, was wir drin haben. Theoretisch funktioniert das GDA auch jetzt schon und wir können ohne weiteres damit zocken. Aber wir wollen auch noch andere Mods installieren. Das heißt, wir gehen hier aus dem Editiermodus wieder raus. Ihr könnt den auch drin lassen, je nachdem. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel schon fertig seid, solltet ihr schon rausgehen. Ähm, jetzt fangen wir mit dem Chevy an. Dokumente. Hier ist jetzt so ein Flex-Ordner, das ist für die Meta-Datei. Dazu weiteres. Gibt es weiteres später mehr. Und da ist eine Installation. Es ist aber etwas blöd gemacht, dass er das PNG hat. Gut. Also. X64E slash Level slash GTA 5 oder Update X64 DLC Packs Patch Day 3. Also es gibt diese zwei Möglichkeiten. Ich werde das jetzt in der X64E ganz einfach machen, weil es viel gechillter und einfacher ist. Ähm. Hier haben wir noch eine extra Datei für ein Template. Vehicles Meta. Ein paar Bilder. Und hier natürlich die Files, die wir unbedingt brauchen. Gut. Jetzt gehen wir wieder in unser OpenIV rein. Den X64E.rpf-Folder haben wir ja schon vorhin reinkopiert. Dann klicken wir hier drauf auf Levels. GTA 5. Vehicles. Und ähm. Jetzt könnten wir das theoretisch schon einfügen mit dem Edit Mode wieder. Aktivieren natürlich. Gehen wir uns auf unsere Vehicle Files. Das ist der FBI Wagen. Und fügen das ein. Weiß nicht, ob man sich den angucken kann. Ich glaube aber auch nicht. Nope. Den kann man sich auch nicht angucken. Schade, dass es keine Vorschau gibt. Bei manchen geht's. Beziehungsweise bei den meisten. Aber die Texturen sind ja auch schon angekommen. Das heißt, die wurde auch schon erfolgreich installiert. Was jetzt aber noch wichtig ist. Ihr habt hier auch noch Handling Dateien und so weiter drin. Die müsst ihr natürlich auch noch rein installieren. Da schauen wir gleich mal nach. Ach das können wir schließen. Das war die alte Datei hier. Ähm. Optional. Add Vehicle Share. Ja. Das ist die Vehicle Datei. Die könnt ihr einfügen, wenn ihr noch keine anderen Handling Dateien habt. Sprich, wenn ihr schon eine Vorschau Datei habt, die editiert wurde. Würde ich die nicht ersetzen. Weil sonst wird das andere Auto wieder rausgeworfen. Dann müsst ihr dann diese. Ähm. Diese andere Datei hier verwenden. Wie heißt sie? Warte mal. Diese Flags. Dann müsst ihr das wo einfügen. Aber ich mache es ganz einfach so. Äh. Da ich jetzt noch kein anderes Handling Ding drin habe. Nämlich jetzt einfach die unter Extras Vehicle Punkt Meta. Angegeben wird sie hier unter. Update X64 DLC Packs Patch 3 NG. Gut. Das heißt, dass wir die wieder kopieren müssen. Jaja Leute. Es ist kompliziert. Vor allem für einen Anfänger. Also geht ja viel weiter um einiges einfacher. Update X64 DLC Packs. Das war die drei genau. Patch Day 3 NG kopieren. Dann gehen wir wieder in den Mods Folder. Da wir den schon angelegt haben mit den anderen DLC Packs. Hier einfach einfügen. Gut. Dann haben wir das auch. Gehen wir hier wieder zurück. Gehen hier unter. Wo war es hier? Unter dem Mods Folder. Dann können wir das hier wieder ausblenden. Natürlich hier oben rechts dieses Ding dann weg. Wenn ihr was gesucht habt. Weil sonst wird hier nichts angezeigt. Gehen wir auf Update X64 DLC Packs. DLC Pack. Äh. Patch Day 3 natürlich. DLC. Ähm. Ich glaube das war unter Common Data. Ne. Das war nicht unter Common Data. X64. Was unter Levels? Ach. Ich glaube jetzt habe ich. Ne. Warte mal. Ich glaube ich habe hier was falsch gelesen. Add Vehicles. JT. Ich bin so dumm. Äh. Die. Die. Das war die. Re. Rehicle Share Datei. For Custom License Plates. Ja okay. Das heißt. In diese Datei. Wo wir zum Beispiel die Plates reingetan haben. Also die. Ähm. Rehicles. Äh. Rehicles. Äh. Ja. Diese. ReShare. Ach. Ich komme hier komplett aus dem Konzept. Sag ich euch. Also das sind dann so. Custom Kennzeichen. Und so. Die müsstet ihr dann hier einfügen. Ähm. Nicht. Hier unter. Patch Day 4. Macht aber glaube ich auch nicht so viel aus. Äh. Wenn ihr es da jetzt rein ins Bild habt. Weil es wird in dem Sinne nichts kaputt an eurem GTA. Aber beispielsweise. Ähm. Wir können das jetzt wieder rausgeben. Ähm. Ähm. Also die. Diese Datei. Diese. Äh. ReShare.jtd. Ist optional. Die ihr hier einfügen könnt. Aber es ist auch nicht. Also es ist jetzt zum ersten Mal. Die optional in irgendeinem Ordner gibt. Und. Wichtig. Wollen wir jetzt diese. Wo ist sie. Hier. Genau. Unter. Update. 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 Okay. Dann gehen wir hier wieder zurück. Dann war das hier. BTA. Tutorial. Dann war das hier unter. Update. Update. RPF. Die kopieren uns einfach. Dann Mods. Dann haben wir schon Update Folder. Und dann kommen wir TIS hier einfach rein. Und dann müssen wir das hier wieder öffnen. Dazu gehen wir hier wieder raus. Gehen hier auf Update. Update. Common. Data. Dann war das unter Levels. GTA 5. Und dann haben wir die Rehicles. Metadatei. Die wir ersetzen müssen. Und das ist jetzt eigentlich auch relativ einfach. Also das schwierigste an den ganzen ist immer diese Ordner zu suchen. Und zu kopieren. Wenn man es braucht. Da ist jetzt die Rehicle File. Die brauchen wir nicht. Extras. Die Rehicle Metadatei. Und einfügen. Ihr seht schon da fehlt dieses Encrypted. Das sollte man dann machen. Dass man hier oben wenn man das hat. Auf Rebuild des Archives geht. Also nicht Close. Rebuild hier. Das dauert dann ein bisschen. Dann rebuildet er die Datei. Ah ja. Und was auch ganz wichtig ist. Wenn ihr jetzt das Problem habt. Dass ihr eure Datei nicht einfach reinziehen könnt. Dann klickt einfach auf dieses Plus hier drauf. Und fügt es so ein. Oder mit Rechtsklick. Und dann auf Datei ersetzen oder sonst was. Weil ich habe schon bei manchen gehört. Sie konnten ihre Dateien nicht einfach drag and drop in dieses Programm einfügen. Warum auch immer. Also das habe ich schon öfters gehört. Also wenn ihr da ein Problem habt. Macht das so wie ich euch das jetzt vorhin gesagt habe. Und ja. Gut. Dann lassen wir das hier erstmal laden. Dann können wir direkt mal auf den zweiten Ding gehen. Während das hier lädt. Nämlich auf die Sirene. Weil die Autos haben wir jetzt schon erfolgreich installiert. Das Pip braucht noch fertig zu laden. Und dann ist es fertig. Es geht hier jetzt nämlich um eine Sirene. Die man natürlich auch einfügen muss. Ein Sirenenmod. Und hier gibt es Ausflussmöglichkeiten. Welchen Sirenenton man haben will. Ich klicke jetzt mal drauf. Und hier. Sirene 2. Das sind zwei Sirenen. Ähm. Die Hauptsirenen glaube ich. Und hier steht noch drauf. Ähm. Was es für optionale Sirentypen gibt. Ich finde am besten diese hier. Standard ist diese hier drin. Also nämlich die hier. Die gefällt mir meistens. Das ist die LAPD Original Sirene. Die kopiere ich mir jetzt einfach. Und jetzt müsst ihr in diesen Rehicles Ordner gehen. Das ist der Ordner wo die ganze. Ähm. Diese ganze RPF Datei exportiert wurde. Also diese Audio Datei. Diese. Ähm. Wer fällt die gerade nicht ein. Ich bin gerade so blöd dafür. Die haben wir nämlich vorhin auch schon kopiert. Ach egal. Das werdet ihr gleich sehen. Ich füge das hier einfach ein Datei. Im Ziel ersetzen. Ja. Jetzt ist die hier drin. Gut. Das hier ist jetzt auch fertig. Okay. Äh. Open Rebuild Archive. Ne. Braucht man nicht. Danke. Äh. Wo war ich stehen geblieben. Genau warte. Das können wir ausschließen. So. Also was jetzt ganz wichtig für euch ist. Zu verstehen. Was es mit diesen ganzen Dateien auf sich hat. Das wichtige ist nur das hier. Und das hier. Denn diese Datei. Das ist eine. Ähm. Open Datei. Also eine Open Format Datei. Die ist dafür da. Dass ihr. Dieses. Diesen Ordner. Also alles was hier drin ist. In die. Resistance. RPF. Packt. Also das ist in der. Resistance. RPF. Ist so eine. Rehicles. Äh. Datei drinnen. So wie die auch hier heißt. Und das zeige ich euch jetzt. Ähm. Da müssen wir aber erstmal diesen Ordner überhaupt wieder mal anlegen. sehen. Wo dieser Part immer ist. Steht eigentlich in der Readme hier drin. Ähm. Kann man sich dann durchlesen. Aber ich weiß es auswendig. So. Dann schließen wir das hier auch erstmal. Und gehen hier wieder in unser. Ah. Ich bin zu blöd für alles. Gut. Gehen hier in unser GTA. Tutorial. Und jetzt schauen wir erstmal wo der Originalpart davon ist. Er ist auf. X64. Audio. SFX. Und. Hier haben wir die Resistant Datei. Kann sein, dass wir den sogar schon kopiert haben. Den Pfad. Warte mal. Ja. Haben wir es sogar schon vorher gemacht. Gut. Also ihr seht. Ja stimmt. Das haben wir ja schon vorher gemacht. Ähm. Da ist die jetzt schon drin. In unserem Mods Folder. Ähm. Das heißt wir können jetzt wieder zurückgehen in OpenIV. Gehen hier auf den Mods Folder. Auf. X64. Audio. SFX. Resistant. RPF. Und hier sehen wir schon diese. Vehicles. AWC. Und das sind die ganzen Dateien. Die. Audiodateien halt. Die exportiert wurden. In diesen einen Folder. Der natürlich schon mitgeliefert war. Also ich habe das nicht selber gemacht. Und. Wie fügt man das Ganze jetzt ein. Also. Dass man hier. In diesem. Verzeichnis. Die Audiodatei. Ändern kann. Das ist jetzt eigentlich relativ einfach. Hier geht. Einfach mit Rechtsklick drauf. Oder ne. Wartet mal. Hier auf ein leeres. Müsst ihr mit Rechtsklick drauf gehen. Und auf Import Open Formats. Ganz wichtig. Wenn ihr das so macht. Dass hier Rechtsklick drauf geht. Und dann auf Replace. Geht's nicht. Ähm. Ihr geht Rechtsklick. Import Open Formats. Und dann könnt ihr schon auswählen. Und dann könnt ihr schon auswählen. Und jetzt wichtig ist halt. Dass ihr die OAC Datei auswählt. Und das ist diese Open Formats Datei. Wie man hier rechts sehen kann. Öffnet diese ganz einfach. RC erkannt. Und dann klickt ihr einfach auf OK. Und dann importet erst. Und ihr seid fertig. Ihr müsst sonst gar nichts mehr machen. Und die Audiodatei ist jetzt schon verändert. Gut. Ihr könnt jetzt auf Edit Mode wieder gehen. Dass hier alles wieder normal ist. Und damit sind wir eigentlich schon fertig. Also wir haben jetzt schon alles fertig installiert. Und was ich jetzt nochmal ansprechen wollte. Für die Leute. Die sich zwei GTAs zulegen wollen. So wie ich es habe. Für die ist wichtig. Dass ihr einen Modded Launcher habt. Denn wenn ihr jetzt zum Beispiel. So wie ich sein wollt. Dass ihr einmal ein GTA habt. Für Online spielen. Und einmal für Offline spielen. Dann ist dieser ganz hilfreich. Denn ihr könnt einfach drauf klicken. Eure GTA Folder verknüpfen. In dem Fall habe ich da noch den LSPDFR Folder. Und dann hier einfach auf euren Originalen gehen. Auf Apply und Play. Oder dann halt auf Solo Mode. Dann könnt ihr nur. Dann spielt ihr halt im Singleplayer. Geht ihr auf Apply und Play. Alle Links in der Beschreibung. Ich schließe das jetzt aber. Ja. Möchte ich wirklich. Und ja Leute. Ich hoffe. Euch hat das Video jetzt etwas weiter geholfen. Weil ich ziemlich viele Anfragen hatte. Und ja. Wenn es euch gefallen hat. Wenn es euch geholfen hat. Schreibt es mir in die Kommentare. Ob ihr es geschafft habt oder nicht. Und ja. Wie schon gesagt. Ich hoffe es hat euch gefallen. Und jetzt verpisse ich mich. Ciao.